Kann ich da hin? Ne, kann ich nicht. Ach, ich drück immer den falschen Knopf. Das ist doch ätzend, oder? Das ist doch wirklich ätzend. Okay, jetzt aber. Ich will da hin. Around das ewige Universum bin ich. Und da will ich hin. Denn da kann ich anscheinend was erreichen. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Denn hier in Lazy, da können wir nichts machen. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Oder wie Angry... Nein, Angry Angry Game, das wird das Spiel beleidigen. Aber sonst würden wir sagen, das Spiel ist Scheiße. Dieses Spiel kriegt dich härter als das Leben. Ich fand das so witzig. Wieso finde ich das immer noch so witzig? Deadly Towers Episode, ey. Das ist einfach eines der besten Sachen, die jemals passierte. Naja, zumindest für Deutsche. Ja, okay. Flieg los, Samus, und zeig uns den Weg. Ja, ich kann durchs Weltall gleiten und schreiten wie Captain Iglo. Wieso sage ich Captain Iglo? Oh Mann, ey, jetzt holt mich Projekt Hacken wieder ein. Das muss ich auch noch aufnehmen. Projekt Hacken. Jai! Wir fliegen! Und da sind ganz viele komische Viecher. Entschuldigung für den Klatscher da eben. Was ist denn hier los? Kann ich hier was erreichen? Jai! Das sieht doch gut aus. Ja, genau. Komisches Dino-Piech. Ihr seid böse. Jetzt ist es einfach verschwunden. Habt ihr es hier längst gesehen? Jetzt ist es einfach weggegangen. Naja, was sollt. Und ich würde mal sagen, dass ich mich hier auskennen. Denn den Planeten kenne ich. Hallo, ich bin wieder Samus. Ja, nochmal ein bisschen auftritt. Zwei in einem Video. Heftig. Hallo. Okay, dann wollen wir mal los sein. Ja, abziehungsweise. Label, babel. Ja, es ist die Babel, Babel Musik. Ich liebe sie ja. Babel, 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 babel. Ich hasse diese Babel Musik. Wenn alles umbringen, was mit Babel zu tun hat. Babel. Stürp. Babel, 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 babel. Nur weil ihr Babel, Babel mögt, ey. Okay, wo ist denn das Ding? Ich hab keine Ahnung, Babel, Babel halt, ne? Babel, Babel, Babel. Babel. Och, wirklich? Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ja, wir kriegen das auf die Reihe. Wir schaffen das schon. Das ist schön. Das ist ja vorteilhaft. Und was soll ich damit machen? Einfach die Satelliten ausmachen? Hey, Alter, das braucht mich eigentlich nicht. Drücke 1, um zu sterben. Okay. Dann schauen wir mal, wo ist denn unser Babel? Babel, 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 Babel. Wir müssen zu diesem Forschungsdienst, muss dann hin. Mit der Babel Musik. Hier darf niemand sagen, dass wir die Babel Musik haben. Babel, Babel, Babel. Und was ist das? Ein eingefrorener Kollege. Lebensverwalt war im Moment der Fall ist er anscheinend in einen Kampf verwickelt. Ah, jetzt deckt euch den Rest. Oh ja, genau. Komische Schmetterlinge greifen mich an. Warum auch nicht. Okay, da habt ihr schon wieder so ein Viech beobachtet. Rechts, wer es gesehen hat. Sehr gut. Bin, das Außenskeländer erlaubt. Hohe Agilität. Wo ist das? Aber Wirklichkeit. Ach, wisst ihr was? Leck mich, stirb. Und du auch, Leck mich, stirb. So greift ihr mich überhaupt an? Ich hasse euch. Ja, genau, mit angreifendem. Danke. So, okay. Ich hasse angreifende Monster. Babel, 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 Babel. Und schon wieder was eingefroren. Mal sehen, was hat er zu tun gehabt? Das kennt euch doch auf eine tügliche Rückgratverletzung hin. Die waren auch voll gegen die Wand entstanden. Hat also nichts mit der Eifrierung zu tun. Ich dachte schon, er wäre tot eingefroren worden. Babel, Babel. Oh, Mann, er hat auch mit Babel. Klasse, Babel. Mann. Klasse, Babel-Musik. Oh, was ist denn das da oben? Gleich will ich jetzt gerne. Oh, nee, ich bin es selbst. Ich habe eine andere Idee. Ich muss erst mal eine Cutscene aktivieren. Oh, Mann. Yeah, Briar. Das scheint wieder eine von den Hauptteilen hier zu sein. Dann muss ich hier mal gleich mal umsehen. Ja, den Raum erinnere ich mich noch. Der war, der ist doch so in meinem Kopf drin. Den Anfang von diesem Planeten habe ich noch im Kopf. Und dann wird das Spiel zu ziemlich leid. Und ich sehe da zwei Dinger. Das waren, glaube ich, zwei Schlöcher. Ah, gehen wir an. Oh, das ist überhaupt nicht nett. Solaranlage erlaubt Zugang zu Sperren. Sie lassen sich über die Führungsschiene. Babel, Babel, Babel. Warum muss ich überhaupt langen um den Babelweg zu finden? Der Weg des Babels. Okay. Da ist ein Zeichen. Und da ist eine Truhe. Da gehen wir zuerst hin. Und die bringt mir gar nichts weiter. Da ist eine Energie drin. Und da ist ein Weg. Alles klar. Wahrscheinlich bin ich gar nicht mal so falsch hier. Aber was ist das denn hier? Ich will das hier scannen. Ach, du leckst mich doch am Arsch. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Das habt ihr nicht gehört. Was ist denn das? Babel, Babel. Ich weiß. Babel Musik. Ich vergesse hier auch nicht. Nutzen des Objekts mit aktuellen Objekten ist nichts möglich. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Und schauen wir mal, was das hier alles so bringt. Ich kann hier hochspringen. Das weiß ich noch. Und jetzt können wir hier weitergehen. Und hier links ist anscheinend ein Gang. Und der fühlt mich schon wieder zu eingefrierten Objekten. Eingefrorenen Objekten eingefrierten. Okay. Ich weiß nicht. Was sind die eingefrorenen Objekte? In der Eisdauer werden die Leih geschlossen links von angreifen. Ja, ich weiß. Ihr seid alles komisch Eis hier. Okay. Prendet der Organismus noch vor der Verheizung von der Körper von einem Eissplitter durchbohlen. Oh. Das ist übel. Warum weiß der das so genau? Oh, Schmetterlinge greifen an. Uh. Ich kriege den aber nicht. Weil ich spring einfach aus der Deckung. Und hier ist ein Babel, Babelweg. Okay. Hier ist das Schiff. Das skavarisierte Schiff als Regatte der Greifklasse identifiziert. Theseus. Na gut. Damit sollen wir hin. Aber wir haben noch nicht die Erweiterung dafür. Heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen backtracken. Backtracken und zwar um circa ein paar Meter und dann ist wieder alles okay. Was haben wir hier? Ein Babel, Babelweg oder was? Babel, Babel. Okay. Entriegelung ist hier. Jetzt ist Funktionstück. Ne. Kleineres Hundes Objekten. Oh wow. Was könnten die nur meinen? Womit soll ich denn da jetzt reingehen? Hä? Wie soll das funktionieren? Okay. Es regnet. Depressiver Regen wird mich töten. Na, lass uns mal hier runtergehen. Mal sehen, was wir hier finden. Jumping Extreme. Und hier finden wir diese Tür. Ich glaube, das ist dann eine Türberiegelung. Okay. Dann machen wir das wie folgt und reißen das erstmal hier raus. Warum auch immer, wir tun es einfach. Gib her. Gib her. Danke. Oh wow. Jetzt haben wir die super Abkürzung. Schon verstanden. Es fällt runter. Na klar. Das ist doch wirklich toll, oder? Das braucht doch jeder Abenteurer mal. Eine Plattform, die einfach abstürzt. Das ist doch wirklich schön. Okay. Was haben wir hier? Das will ich mir mal anschauen. Strukturblock der Einheit scheint an eine Ankunft, welche Anliste zur Regelung gekoppelt zu sein. Aha. Okay. Okay. Was müssen wir hier tun? Jetzt muss ich mal überlegen, was hier denn überhaupt unsere Aufgabe ist. Ja. Stell dir mal vor, Weog LP würde das letztendlich werden. Da würde wieder... Oh, ich glaube, da schaut sich das wieder an. Aber naja. Nein, ich fühle mich jetzt nicht genau. Stell dir mal vor, Weog LP würde das wieder letztendlich werden. Und denke mal nur darüber nach, was der als Super Mario 74 treibt. Oh je, das kann nicht gut werden. Das wäre überhaupt nicht gut. Da ist eine Wurde. Ich weiß gar nicht, wo die Lacken-Mill-Ausse. Oder wieder macht er irgendwelche Lacken-Mill-Ausse und es auf ihn zu schieben. Naja. Wurde. 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 Ja, okay. Der erste Wurde haben wir deaktiviert. Flatsch. Hallo. Drogen-Modus. Wow. 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 Okay. Das ist nicht witzig. Hallo. Oh, die Dinger hasse ich. Bringt sie umso lange gekannt. Die machen irgendwie so eine Action-Scheiße. Sie sind scheiße. Was sagst du euch? Sie sind scheiße. Nein. Okay. Das hat bestimmt gekratzt. Ich hasse diese dumme Action-Fiecher. Wieso machen die das? Machen sie so... Wow. Drogen. Puh. Auf einmal ist das kaputt. Okay. Wo müssen wir als nächstes hin? Wir haben noch mehr Wabel-Wabel-Punkte, wo wir hingehen müssen. Wabel, 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 Wabel. Also eins kann ich heute lange mal demonstrieren. Also ich demonstriere es doch einfach mal nicht. Ich sage einfach nur, wie es geht. Wenn ihr irgendwie runterfallen solltet, dann werdet ihr an einen nahgelegenen Ort wieder zurück teleportieren. Also da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Da passiert nichts weiter. Das ist alles okay. So. Gehen wir mal wieder hier nach oben. Wir müssen ja noch weiter Wabel. Ich versuche jetzt einfach mal den Weg hier zu nehmen. Da ist anscheinend eine Plattform hochgegangen und ich gehe jetzt mal hoch. Ja, ihr geht mir nicht auf den Sack. Ehrlich. Das macht man einfach ganz so stylisch. Wir lassen uns nicht stören. A rolle roch. Und boom. Dankeschön. Damit hätten wir beide Verriegelungen deaktiviert eigentlich. Ja. Das sieht gut aus. Mit der Wabel-Wabel-Musik haben wir alles geschafft. Wabel, 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 Wabel. Ich hasse jetzt doch meine Augen, Wabel. Wow. Okay. Was das, was ich erreichen wollte? Nee. Eigentlich nicht. Wabel, die. Sagt er auch manchmal. Man muss ja genau sagen. Sagt er auch Wabel, die. Wabel, die. Hör ich heute aufhören damit. Ich hasse diese Wabel, die Musik. Yeah. Okay. Okay. Wo muss ich lachen? Kann das jetzt noch jemand sagen? Nein. Bring einfach diese Viecher um. Hört auf damit. Hört auf, so eine Drogenscheiße zu machen. Ich knall euch ab. Nein. Hört auf damit. Und dir hört auch auf damit. Ich hasse euch. Ähm. Wo sind diese Viecher eigentlich? Da fliegt die ja rum. Ich muss euch erstmal erforschen. Ich will wissen, was ihr seid. Ihr seid Gelpuffer. Verzerrt und brennen Geldämpfer von sich. Exklusiviert bei Kontakt. Stirb. Ja, ich hab gesagt, stirb. Stink. Richtig, der beim Stinken. Ich verstehe schon, was ich meine. Ähm. Lässt doch nicht.